jetzt sind wir wieder da die erste aufnahme ist ja leider nur in ton zu haben aber jetzt haben wir das gefixt jetzt läuft auch das bild ihr seht also was ich sehe und ich sitze nicht auf dem stuhl bin ich fast hinten runtergerutscht ja gucken wir uns mal die zweite wir haben jetzt noch hier so ein free play koffer das lassen wir mal noch das weiß ich noch nicht wir machen mal die nächste bombe ok das haben wir doch warum wird das jetzt nicht section 2 basics hey wo ist das buch hin bleib hier buch das bombe haben wir abgeschlossen ich krieg das buch nicht mehr zu fassen buch komm her ja es ist im boden gefallen und ich kann es nicht mehr aufheben buch kam her auf den tisch ok ja ich kann die section 2 irgendwie nicht anwählen wir machen die first bombe die fußt haben wir schon und das section 2 ist schwarz warum ist das schwarz es gibt ganz ganz viele noch wir machen die erste noch mal vielleicht steht es ja dann weiter die sieht ja jetzt hoffentlich anders aus die sieht jetzt anders aus so weit ich sehen kann licht ist an zeit läuft wir haben wieder vier kabel wir haben einen button so großen und wir haben wieder vier zeichen machen die kabel machen die kabel ok zwei gelbe ein rotes und schwarzes gibt es mehr als ein rotes kabel nein das klingt so wie das vorhin was das klingt so wie vorhin nur dass jetzt ein rotes anstatt ein blaues ist kann das sein soll das letzte kabel gelb sein ja und es gibt kein rotes kabel doch gibt es exakt ein blaues kabel nein gibt es mehr als ein gelbes kabel ja dann klappen sie das letzte kabel sicher ja ok hat geklappt button button großer button holt steht da drauf holt ja welche farbe hat der ähm gelb licht ja gelb oh Mist ich habe gedrückt außer sehen ich wollte nur den Deckel hoch machen ah schnell die Zeit läuft jetzt glaube ich schneller irgendwie ja weiter holt steht da drauf gelb ist auch los ja Moment rettet mich wie viele batterien hat die ähm einzel batterien oder steckplätze ähm wie viele batterien da drin sind da sind zwei da sind zwei hier sind nochmal zwei äh zwei äh vier gibt es einen leuchten Indikator mit FRK äh was warte ne äh äh welche Farbe kommt du musst ihn wieder loslassen an dem gedruckter ne ne der muss ihn halten halten weiß ja ja das ist für uns für uns weißer Streifen äh loslassen wenn der Timer in einer beliebigen Position 1 anzeigt ok scheiße ja ja hat geklappt hu jetzt die vier ähm Zeichen also es ist ein umgedrehtes N mit einem äh ja mit einem Halbkreis oben drüber ähm das zweite ist äh äh in den E und also in den A und in den E nebeneinander was auch immer dieses Zeichen bedeutet ja weiter das andere ist n äh was ist denn das Epsilon ne 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 ach das ist so ein komisches Formelzeichen das ist so ein Bauch rund unten offen und zwei Striche an der Seite ach das ist Omega Omega genau das meine ich und und das andere ist wie so eine 6 sieht das aus die 6 zuerst dann das AE ok dann das N und dann das Omega oh hey weißt du weißt du ja wuh 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 es ist schon wieder runtergefallen ich glaub das nicht du musst dich immer alles fallen lassen ah so jetzt ist es natürlich falsch rum oh quatsch nein zurück ähm section 2 something old and something new ok ähm when did seeing a familiar bomb become comforting no matter this bomb will only be half comforting ok ok 3 Module 5 äh 3 Strikes 5 Minuten Zeit wuh lasst mich nicht sterben Männer das Licht an euch ok Licht ist an oh Gott ähm 3 Kabel dann wieder diese 4 Zeichen und das andere oben äh puh keine Ahnung was das ist das sieht aus wie machen wir erstmal das mit den 3 Kabeln ok 3 Kabel ja sind kleine keine roten Kabel vorhanden ja durchtrennen sie das zweite Kabel echt sind keine roten Kabel vorhanden durchtrennen sie das zweite Kabel jawoll hat geklappt so dann äh ein Copyright Zeichen ach das ist jetzt das mit den ja weiter dieses äh X mit einem Strich gerade runter ja äh nenn so ein wie so ein R sieht das aus aber ohne gerade einen Strich nach unten ja und nenn ähm ähm was ist denn das für ein Zeichen äh ein Lambda genau äh Copyright ok das X ja das R und das Lambda ja passt ok das andere ist ähm so ein schwarzes Brett da ist ein Pfeil ein roter Pfeil der sich dreht zwei grüne Kreise und ein weißes Viereck ähm es ist so ein so ein flaches Brett eigentlich mit ganz vielen äh blauen Vierecken ah ok ja ja und äh Seite 15 für uns mhm ähm wo sind denn die wo sind denn die Kreise Kreismarkierungen Kreismarkierungen hab ich ja ja wo ähm was wollt ihr jetzt Koordinaten oder links rechts oben ja Koordinaten am besten also von oben links äh nach unten rechts ne genau dritte Reihe von oben vorletzter ja und letzte Reihe vierter ok ja das ist in der Mitte ähm wo bist du keine Ahnung bin ich das was sich dreht der rote das rote Viereck äh rote Dreieck oder bin ich das weiße Viereck nein das Viereck ist das Ziel du bist das Dreieck ok ich bin erste Reihe Vierter ähm und das rote ja erstmal wo ist denn das das Ende das rote Ding das rote Ding das rote Ding erste Reihe Vierter ja und wo bist du na ich weiß nicht was ich bin ich weiß nicht das Dreieck das ist das rote Dreieck das bin ich und das Viereck ist weiß ne du bist das Viereck so ich bin das Viereck zweite Reihe Zweiter äh rechts 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 hoch links was was heißt rechts 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 und links muss ich das jetzt anklicken oder ja teile dreimal rechts einmal hoch einmal links wie muss ich nach rechts wo wo ich achso neben dem Bildschirm ist in der Pfeile achso ja ich sehs rechts also dreimal insgesamt rechts sodass du auf 5 kommst ja dann gehst du eins nach oben und eins nach links ja dass ich da hin muss hättet du mir noch sagen müssen da hätte ich noch hinlaufen können nein du weißt ja nicht wie achso ich hätte nicht einfach nach oben gehen können nein nein er hätte bumm gemacht okay okay verlassen labyrinthe du siehst nicht wo die Wände sind ah alles klar das sind nur wir das sind nur wir mein äh hier Papierkorb ist umgeworfen hier liegt was raus du wirfst ja auch alles auf den Boden ja mein buch ständig ja so double your money gucken wir mal the task is clear but the diamond doesn't care about your workload okay 6 module leute 6 module 3 strikes 5 minuten ok ihr müsst euch jetzt ran halten ja los jetzt puh bombe ist da äh ich sehs noch nicht ist noch schwarz alles oh ich hab nur ich hab nur ein Feld äh das mit den 4 Buttons denn ae ae ja ja oh auf der Rückseite sind ganz viele Sachen fucking ae wo ist die Bombe nein ah Mist warte ich hab die Bombe runtergeschmissen und jetzt nicht zu fuck oh oh warte stopp äh ae dann wieder die Sumi 3dn die 6 und äh ein Rautezeichen mit nur einem Strich durch ae ae 6 Raute ae 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 und n ok ich muss rumdrehen warte die scheiß Bombe ey ok ich hab ähm zwei Buttons zwei große Buttons ähm zweimal Kabel und nochmal die äh die Dinger oh Mist dann lass uns erstmal die Dinger weitermachen ok ähm ein Stern äh ein Kronleuchter ausgemalt äh schwarz ja ok ein Kronleuchter eine 3 mit noch ein paar Schnörkeln drumherum und ein lachendes Gesicht mit Zunge raus Kronleuchter Gesicht 3 Stern ja passt ich sterben hast du mehr als 2 Batterien äh ja also ja ich denk schon hast du einen Indikator mit FRK der leuchtet was heißt denn FRK äh warte muss der draufstehen nee nee sieht nicht so aus nee ähm nee schnell dann sind wir bei 7 ne trifft nichts von oben genannten zu schnell oben das hat ja geklappt ist der Knopf blau und mit Abort bedruckt ja blau ist rot äh Abort ist rot dann sind wir beim letzten Teil ja trifft nichts von oben genannten zu dann halten sie den Knopf und lesen unten bei eingedrückten Knopf los was und weiter also wenn sie den Knopf gedrückt halten wird ein farbiger Streif auf der rechten Seite ok ich halte gedrückt es ist rot äh wenn irgendwo eine 1 ist auf dem Timer ok ja hat geklappt dann die Kabel ähm einmal 6 Kabel und einmal 4 Kabel was zuerst erst mal die 4 4 ok gibt es mehr als ein rotes Kabel nein äh sollte das letzte Kabel gelb sein nein äh exakt ein blaues exakt ein blaues Kabel ja ja jawoll passt 6 Kabel gibt es äh kein gelbes Kabel nein es gibt ein gelbes gibt es exakt ein gelbes Kabel ja mehr als ein weißes Kabel ja durchtrennen sie das vierte Kabel das vierte sicher ja ja oh wir waren echt schnell eine Minute 43 noch übrig oh komm dann wachst du hier voll in Stress oh der René sagt gar nichts hui oh aber immer so nach unten gucken das tut echt weh langsam ne René ja ja René ist schon explodiert der hält es vor Spannung gar nicht mehr aus puch der hat sich jetzt erstmal in Ruhe ne Cola geholt aus dem Automaten hier um die Ecke ja er lässt sich die ganze Arbeit machen ja ich würde gerne meinen äh Mülleimer aufheben aber da komme ich nicht hin irgendwie das ist mein Bereich zu Ende ok äh gut nächste Bombe oder was One Step Up eine machen wir noch komm für diejenigen die es so weit haben für diejenigen die es so weit haben und wollen etwas zusammen ne äh toucher sorry äh äh ach ne too tough ist das ja oh man ich kann nicht richtig lesen das ist die BR-Brille es ist alles verschwommen haha vier Module drei Strikes fünf Minuten Zeit ja ich sollte das vielleicht nicht vorlesen das sieht nur wie schlecht Englisch lesen kann uh ich bin schlechtes Englisch gewohnt das ist das ist der Druck hier oh wow ok ähm ich hab Kabel ja vier Kabel gibt es mehr als ein rotes Kabel? ja zwei und ist die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade? was denn von der Seriennummer? ne acht ne acht ne acht ok äh sollte das letzte Kabel gelb sein? nein weiß gibt es exakt ein blaues Kabel? nein keins gibt es mehr als ein gelbes Kabel? nein eins und das zweite Kabel das zweite von oben oder von unten? von oben immer passt ok ich hab wieder die vier äh Buttons äh Emma sieht aus wie ein Tennisschläger ja dann ein umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte ein Stern der nicht ausgefüllt ist ja und ein Zeichen keine Ahnung das sieht aus wie ein komisches verschnörkeltes N mit unten so einem Häkchen dran oder man kann auch so als X interpretieren das ist halt schwierig so äh oder ein H oder ein H genau äh Tennisschläger C Stern H oh wach 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 Tennis C ja Sternchen A Sternchen A ok passt ähm dann wieder dieses Labyrinth das macht Danny äh ich die äh Dinger sind äh zweite Reihe fünftes weiter und äh vierte Reihe zweites ok das zweite um ja wo bist du ähm ich was bin ich nochmal ich bin das Weiße ich bin das in der letzten Reihe das dritte ok und wo musst du hin ich muss in die ähm vorletzte Reihe äh vorletztes Feld also fünftes fünftes fünfte Reihe fünftes Feld ok dann gehst du zwei nach oben ja eins nach rechts eins nach oben ja zwei nach rechts äh ganz runter ja zwei nach links zwei nach links ja ja eins hoch und eins rechts oh fuck fast das falsche bin da bin da jawoll so jetzt hab ich ähm vier ne sechs Buttons mit äh Worten drauf und oben drüber steht they are also they are ah who's on first äh Seite 9 ah fuck was steht da oben drin they are also in Kurzform ohne ohne A they are achso äh was steht unten links äh you are quasi mit apostroph ist was you dann drück dann drück dass du sicher ja passt jetzt kommen neue buttons 6 steht oben drin steht steht also uh der zeichen hu jawohl nächstes ist johann wird dann kurz vor dem steht ja also dein hast du irgendwo steht also okay c steht es um drin eine minute noch nein lass mich sterben c kommt wenn sie sicher da steht like nein falsch nein da sollst du noch nicht drücken ach so oh man nothing steht jetzt oben drin schnell 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 okay steht da okay 30 sekunden okay steht da mittel hab ich 17 sekunden 45 alter jungs ja das war knapp puh ich schwitze ich könnte mir jetzt fast den schweiß von den von der stirn wischen cool ja passt jetzt also ein bisschen habe ich probleme mit dem tracking wahrscheinlich weil ich außerhalb vom bereich stehe mensch 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 gut ich denke das war es erstmal für den ersten eindruck es hat spaß gemacht also für mich jedenfalls ich hoffe für euch auch ja und wir sehen uns beim nächsten mal viel spaß ja und nun